Hallo zusammen, heute zeigen wir eine Variante von einem freiwilligen Streifen auf Grünland. Hier hinter mir seht ihr eine gemähte Kleegrasfläche, auf der wir einen Streifen von 5 Meter Breite beim letzten Schnitt haben stehen lassen, um somit Struktur zu schaffen in Zeiten, wo ansonsten unsere Fläche komplett geräumt wäre. Dabei entscheiden wir bei jedem Schnitt, wo sich so ein Streifen anbietet und eignet. Und hier auf der Fläche haben wir ihn mittig stehen gelassen, um einfach den großen Kleegrasflag hier etwas zu verkleinern. Mit diesem Streifen lassen wir hier einen wichtigen Rückzugsraum und einen Wanderkorridor für unsere Offenlandarten zur Verfügung stehen. Mit dieser freiwilligen Maßnahme kann man relativ schön und relativ unkompliziert Struktur erhalten und somit einen Beitrag für viele Arten leisten. Falls ihr noch interessiert seid an weiteren Infos zu dieser Maßnahme, schaut einfach auf unserer eingeblendeten Kammerseite nach. Dort könnt ihr euch noch weiter informieren. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank!